Servus, grüßt euch! Ich bereite gerade die PowerPoint-Präsentation für mein All-in-One-Event vor, für nächsten Freitag. Jeder, der eine YouTube-Mitgliedschaft für die Subgrade abgeschlossen hat, der hat jetzt einen offiziellen Zugriff auf dieses Video und kann schon einen gespannten Einblick bekommen, was nächste Woche so drankommen wird. Ihr könnt auf jeden Fall sehr gespannt sein, denn ich baue da sehr viel Gewagtes ein und schaue, dass das kein betreutes Lesen wird, wo ihr nur Text lest, sondern dass ihr da wirklich unterhalten werdet und einen riesen Mehrwert bekommt und dass das im Gedächtnis bleibt. Servus, ciao, euer Peter.